nein bitte schaut es ihr so hier haben wir erstmal ein bisschen ruhe bauen uns mal ein bisschen kohle ab ja eisen ab kohle bauen uns eben nicht ab wir sind ja so elitär brauchen das nicht okay wir brauchen schon ein bisschen darum machen wir es jetzt heimlich 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 also ich kacke egal wie gut meine meinungskraft ist man muss immer noch irgendwann kohle abbauen noch mal was weiter brennen will multiplayer nicht ein multiplayer nicht irgendwie mal was hat dann tauscht man einfach nur noch gegen kohle oder mit geld und haben unendlich geld und kohle sind eh nichts wert jetzt ist ja mal gut hier beruhige dich mein lieber himmel ja ist ja gut ist ja gut ist ja nicht gleich übertreiben das tut ihr nun wirklich nicht nur so wie du hält külpa da vorne so ein bisschen ausleuchten hier so und jetzt ganze kommen der creeper 123 hallo erst tut er so als ob er mich nicht sehen würde der dumme creeper und dann explodiert er hier du Arschloch du Arschloch du mieses Arschloch guck mich nicht an guck mich nicht an und ihr beide guck mich mal bitte nicht an hier so Wasser weg könnt ihr das überhaupt unterscheiden wenn die machen oder wenn ich das mache also wenn ich mir mein jetzt diamanten deinem als je nein ha habe ja auch immer da gestorben ist auch nein da waren so schnell da im städter für wir hätten uns drauf gestellt und wenn schön so musik mal ein bisschen so werden schön drauf gegangen achten ist noch einer zwei sind da die möchte ich mir jetzt hier aber irgendwie schon schon gerne bekommen machen wir uns doch auf jeden fall erstmal schön außenrum alles frei bauen jetzt mal jetzt machen wir hier einen auf einen auf nummer sicher haben jetzt auf jeden fall relativ schnell diamanten gefunden das ist ja sehr gut und mit den diamanten ich hoffe hier drunter ist jetzt noch was hier wohl mit den diamanten können wir uns dann endlich den enchant table bauen und dann können wir nicht unsere werkzeuge verzaubern und neues feature ja auch jetzt von 1.9.5 wenn man so ein ender auge wirft darum töten wir auch mal die endermänner teile leute da dann bekommt man schicke 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 soll die sagen hat würde ich sagen wenn man die wirft dann zeigt das einem an wo das nächste stronghold ist und dann können wir auch endlich ein stronghold erkunden auch wenn ich nicht glaube dass hier eins in der nähe ist weil wir sind hier das ist ja eine 1.8.1 map und in drei wochen ist dann ja auch schon war in drei wochen ist dann ja auch schon das release von der vollversion von minecraft ich glaube 20 oder kurz vorm zwanzigsten so drumherum ist die maincon und da wird es dann ja frei geschaltet die endversion und sobald das geschehen ist werde ich dann auch noch mal die map hier nicht in die lampen fallen hier drunter ist was was ab dann werde ich die map nämlich ich kann jetzt nicht sagen ich kann nicht erzählen und gleichzeitig diamanten abbauen das muss auch irgendwie mehr zelebriert werden darum erzähle ich erstmal und dann wird dann werden wir sobald das alles so relativ mit den bugs weg ist und so alles stimmt und so dann werden wir von unserer maps und ein bisschen was abschneiden dass wir nur noch hier unseren zentralen kern haben wo wir schon gespielt haben und ansonsten halt neues gebiet erkundet das halt mit dem world generator wieder halt bei wieder halt ab der release version ist also ja mit allem was halt dazu kommt dass strongholds häufiger sind dass strongholds vielleicht noch anders sind alles möglich halt den bäuche ich noch mal ab dann werden war hier was war hier was na dann werden wir etwas abschneiden und dann haben können wir auch finden wir bestimmt noch schön viele neue sachen stronghold und so ein quatsch alles so also ich glaube zeich das hier aus ausreichend gesichert muss man die spitzacke so erschieben und gett drei mal zwei damals zwei damals oh mann oh mann jahoo wir haben eine mal jetzt was brauchen wir hier das Eisen hier billig ist das, wollen wir gar nicht ich höre Fußtritte von Zombies oder von den Teilen und da werden wir hier waren nämlich glaube ich zwei und wir sollten am besten nur einen isoliert erstmal versuchen zu töten na was guckst du mir an eins, zwei eins, zwei, drei, tot, 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 tot warum hallo und wir sind echt voll schnell hier in folge was jetzt alles hier drin haben heftig aber soweit ich das sehe haben wir nichts von ihm bekommen ganze risiko hier ja ich wollte ab alles habe ich getan nur um so ein ende auge zu bekommen und was ist alles umsonst alles umsonst hoffentlich finden wir dann wenigstens hier noch mal weitere diamanten sind wir schon so auf der niedrigen höhe nein lapis lazuli bleibt hier nicht verbrennen so 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 und betränken die wir uns ja auch später mal machen können ja da hinten müssen wir hin so wasser weg wasser weg jawoll mit denen kann man sich ja auch so ein lava resistance track machen also oder es heißt natürlich ganz aber das sind viele monster da vorne mit dem ich wette die monster von hier rein guck mal in die aber wie konnte er daraus so so und noch einmal dann da ist bestimmt anders nicht lava resistance aber mit dem ist man lava resistent beziehungsweise feuer resistent und dann können wir da auch mal durch die lava sehen tauchen das wäre es doch nein hallo wenn man springt also mit diesen kritik hätte bekommt man irgendwie dort trotzdem drei schläge und noch mal auf drei schläge das ist komisch eigentlich müsste es doch schneller gehen damit hier ist nichts außer ein bisschen eisen aber es nehmen jetzt auch noch mal mit hier zack und 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 zack ach wie viele folgen jetzt wahrscheinlich schon wieder aufgenommen aber es ist 15 uhr 18 ich habe keine ahnung wann ich angefangen habe jetzt könnt ihr es euch ausrechnen wow ja und es ist sonntag und ich muss nachher noch die folge hochladen und ja was ich auch noch sagen wollte ab ab dieser aufnahme also wahrscheinlich bin jetzt schon bei viel zu vielen folgen auf jeden fall sonntag mittwoch freitag müsst ihr euch merken denn an den tagen wird jetzt immer eine let's play folge hochgeladen und ja wie ihr vielleicht im info wieder gesehen habt und da gab es ja die reihenfolge finden ja anscheinend alle leute da ziemlich viele okay also drei folgen pro woche ab jetzt nur noch und an diesen tagen wie gesagt ja und dazwischen faszinierender war dazwischen andere videos so wie das hier früher auf dem kanal gemacht habe nicht so dunkel wie zb tutorials zu mods so beziehungsweise mod reviews texture pack vorstellungen vielleicht mal eine timelapse mal gucken server vorstellungen wobei server vorstellungen erst ab dem release von minecraft weil da werden wahrscheinlich viele server neue welt machen also warte ich die drei wochen jetzt noch mal ab beziehungsweise ein bisschen ein bisschen server aufgebaut sind habe ich schon ein paar anfragen bekommen dass ich nochmal den server angucken soll und das mache ich dann auch gerne 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 und vielleicht auch mal eine let's play wo bist du auch da ein let's play together einer eine adventure map da ich irgendwie bock drauf bzw so einer puzzle map müsste nur noch gucken mit wem ich das mache dann mache ich mich aber jetzt müssen wir nicht alle pm schicken mit ja ich mache das mit dir ich mache mir nur ich suche mir lieber erst mal selber die leute aus sich dann auch vielleicht noch kennen und wenn es kommt dann kommt und wenn nicht dann kommt es nicht habe ich das hier so zugebaut ich glaube hiermit habe ich die klare die lava zugebaut wo das hier ein dungeon kein dungeon schade 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 so das ist so das was so ein bisschen geplant ist hier mit dem kanal und wir haben diamanten echt klasse aber wir brauchen noch mehr diamanten und wir sind hier auch für zwölf also was soll ah nein nicht in die lava nicht in die lava haha du bist in die lava gefallen du bist Torhut so wo bist du so ah creeper na ähm schwert tschüss ich glaube er ist in der lava getötet worden hahaha was für ein noob was für ein noob creeper hahaha nein scheiße fuck wir sind fast tot wir sind fast tot wir müssen dringend was essen so 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 und jetzt regeneriere dich so 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 tja da bist du wohl runter gefallen ne solltest mal aufpassen wo du hintrittst ne du Zombie dann wäre dir das nicht so schnell passiert jeder ist hier noch irgendwo hin wo wir noch nicht waren ich glaube hier waren wir überall schon großer großer lava see und hier machen wir uns mal so eine Brücke hin ah na du tot und hier ist nix naja ich hab Wasser aber ich denk mal hier jetzt so durch buddeln ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so das war obwohl ich höre jetzt ich höre jetzt auf jeden fall kommt mir ziemlich viel wasser und über mir höre ich auch ein paar kreaturen aber ist das jetzt direkt über mir kein wasser was über mir ist vielleicht hier deswegen echt kacke irgendwie bei minecraft die ortung ist echt richtig schlecht also ich weiß nicht wie ist es bei euch ähm wenn ihr so Geräusche hört wie gerade könnt ihr die sofort boten ich finde das hört sich immer so an als als ob es überall um den sturm rum wäre also ich weiß nie wo das gerade ist das ist auch immer alles so nah so das wäre eigentlich cool wenn man das so besser boten könnte na da haben wirs raus hier 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 waren wir ja schon aber ja ah nein 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 fuck oh oh hat nicht in die lava gefallen hier vielleicht ne hier kommen wir her ne ich weiß grad nicht wo das ist aber ansonsten würde ich sagen mit den zwei diamanten sind wir ja schon mal nicht so schlecht bedient eigentlich und eigentlich könnten wir uns dann mal auf den rückweg machen oder und erstmal hier die äh na die schäfchen ins trockene bringen wo immer die teile hier sein mögen die da so stöhnen und im wasser planschen weil unsere spitzhacke ist ja dann achso ne eine haben wir noch achso ne ich dachte die ist bald kaputt aber immerhin da müssen wir uns keine sorgen machen na mieser sound mieser mieser sound und in die richtung hier vielleicht nochmal weiter da hinten ist ein zombie ach die sind das aber wir haben ja mit absicht zu gemacht obwohl wir könnten sein jetzt mal erkunden ne nein ich hätte nicht ganz aufmachen sollen so tot du bist ah noch ein skelett und 1 2 3 4 5 6 7 8 mal 2 ja la 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 tot joa jetzt denk mal hier soll noch ne schöne hülle zum erkunden die fackel war fail und dahin noch eine nah dahin soo zwei fackeln verschwendet und das hier geht ja auch wieder hoch raus ne also höhlen werden echt seit dem 1.8 update relativ cool generiert das war früher nicht so cool und na da war ein creeper creeper a creeper war da ja 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 da hallo creeper wo bist du nö 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 nö